Am meisten beeindrucken mich Konzepte, in denen man sieht, dass es mutige und tatkräftige Leute am Werk sind, die neue Wege versuchen zu gehen und neue Konzepte beschreiben. Für mich besticht ein erfolgreiches Konzept in der Gastronomie in erster Linie durch Einfachheit und Authentizität. Also nicht eierlegende Wollmilchsauen, die einfach alles anbieten, sondern klar strukturiert. Weniger ist mehr. Empfänger oder Anwärter vom Label Outdoor würde ich empfehlen, dass wirklich auch darauf achtet, dass alle Sonnenschirme gleich sind, dass sie vielleicht ein wenig hochwertigere Stühle haben und dass auch ein bisschen Liebe in die Aussengastronomie setzen. Best of Swiss Gastro hat sich zu einer richtig starken Marke in unserer Branche entwickelt. Was mich an Best of Swiss Gastro immer wieder begeistert, ist, dass es ein Publikums-Award ist, sodass es nicht nur eine Fachschirche ist, die die Betriebe bewerten, sondern dass das Publikum Noten gibt für die Betriebe. Also mit dem Master-Word hat sich natürlich sehr viel geändert in den Bar am Wasser. Es hat natürlich viel mehr Kundschaft gegeben. Natürlich sind die Erwartungen auch gestiegen, um ein Vielfaches sogar. Wir haben das aber sehr, sehr gut gemeistert. Ein Wink an die Restaurants bei den Bambini-Menüs. Bringt mal Gemüse rein. Es hat immer nur Chicken Nuggets, Fisch und Chips und Polonaise. Wie best of Swiss Gastro es schafft, den Schmelztiegel dieser Branche zu bekommen? Dass man sich einmal mit Marketing befasst und man wird dann feststellen, dass man da noch ganz viel herausbringen kann, denn Marketing ist auch für die Gastro-Meu zentags ein ganz zentrales Element für den Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.